Dieses Video wird Ihnen präsentiert von der Firma Berufsbekleidung Leising in Lippenbüren. Ihr Fachmann für Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und textile Veredelung. Berufsbekleidung Leising, Gutenbergstraße 8 in Lippenbüren. Das Wind kann man nicht sehen, man kann ihn nur spüren. Ich habe ihn ja mal aus Spaß gemacht, aber auch mit der Anstattestinie in Lippenbüren. Also einfach nur Glückwünsche. Geht euch so weit! Geht euch so weit! Komm, komm, komm! Untertitelung des ZDF, 2020